Hallo und willkommen zu diesem Video. Toll, dass ihr es angeklickt habt. In diesem Video will ich euch mal zeigen, wie man einen Canon PIXMA Drucker zurücksetzt, also wie man Reset durchführt, und zwar hier über die Tastatur. Um den Canon PIXMA zurückzusetzen, braucht man eigentlich nur zwei Knöpfe. Einmal hier den Ein- und Ausschalter, der ist hier links bei diesem Gerät, und dann die Stopp-Taste. Das ist eine Taste mit so einem roten Kreis und einem roten Dreieck drauf. Bei euch können diese Tasten natürlich anders aussehen oder woanders auch positioniert sein. Es fängt damit an, dass der Drucker in der Steckdose steckt, aber ausgeschaltet ist. Das heißt, das Display ist dunkel. Dann drückt man hier diese Stopp-Taste und hält sie gedrückt, und drückt hier die ON-Taste und hält sie auch gedrückt. Dann schaltet der Drucker sich ein. Das sieht man in dem Lichtchen hier oben. Dann lässt man die Stopp-Taste los, hält aber nach wie vor diese ON-Taste hier und drückt dann fünfmal auf die Stopp-Taste und lässt die ON-Taste auch los. Jetzt muss man den Drucker so eine Minute gewähren lassen. Ab und zu hört man da irgendeinen Klacken oder den Kopf sich bewegen. Hier leuchtet das Licht noch grün, und wenn er dann so eine Minute oder zwei nichts mehr macht, dann kann man den hier mit dem ON-Schalter ausschalten. Wenn er jetzt aus ist, kann man den auch wieder ganz normal über den ON-Schalter einschalten. Jetzt ist der Drucker also zurückgesetzt, software-seitig. Da ist die Frage, warum macht man das, wozu braucht man das? Ganz einfach, und zwar bei einer Fehlermeldung hier vorne. Da gibt es einige Fehlermeldungen, die angezeigt werden bei Canon, die bestimmte Ursachen haben. Zum Beispiel, dass irgendwo was klemmt oder dass eine Patrone leer ist oder dass es ein Problem gibt mit dem Kopf. Aber manchmal produziert der Drucker auch diese Meldung, die geht gar nicht mehr weg, und die kriegt man dann schlussendlich damit weg, in den allermeisten Fällen, indem man den Drucker zurücksetzt. Klar ist natürlich, wenn so ein Drucker einen Hardware-Defekt hat, wenn die Elektronik defekt ist oder irgendwas im Gerät abgebrochen ist, dann hilft Resetten auch nichts. Aber bevor man den Drucker entsorgt und sich einen neuen kauft, sollte man das auf jeden Fall mal probieren.